Du hast ja viel Cello gespielt und weil du vorher von der Geige gesprochen hast und wenn du eine baust, ob du sie noch selbst spielen kannst oder möglicherweise erst deine Enkel oder deine Kinder. Jetzt soweit ich weiß spielst du aber jetzt nicht mehr Cello und du hast aber mal eine lange Zeit gehabt, in der in der Zukunft immer das Cello eigentlich vorhanden war als Instrument für den nächsten Tag oder mit Freunden nächste Woche und dann hat mal diese Zukunft aufgehört. Wie ist das heute im Rückblick, dass auf einmal sozusagen das Cello spielen nichts mehr mit der Zukunft zu tun hatte? Ja, also ich meine das lag hauptsächlich auch daran. Ich habe eine Cello sehr gerne gespielt und insbesondere, ich meine im Kontrast sagen wir mal, so wie ich das Klavier eben auch dann miterlebt hat, wie verschiedene Töne man auf einem Cello spielen kann. Und ich habe dann auch gesagt, ich habe die Noten vor mir und die Noten drücken das nicht aus, wie ich es spiele. Und jedes Mal, wenn ich es spiele, ist es wieder das anders eigentlich. Und da habe ich gedacht, ja, was hat nun der Komponist dabei gedacht? Hat er eine bestimmte Spielart vor sich gehabt? Und das vielleicht schon, weil er angibt, als ob es lauter oder leiser ist oder so. Oder ich meine selbstverständlich auch durch die Abfolge der Noten, also wie man das macht. Aber dann auch, wenn man weicher spielt und etwas, sagen wir mal, etwas robuster, sodass der Ton nicht so eine Rolle gespielt hat, sondern es ist ausdrucksvoll und das andere viel weicher war, dass das alles einfach damit zu tun hat, dass man dieses Cello, dass man einen Dialog eigentlich angefangen hat und man musste sich auf das Cello auch einstellen und nicht ihm aufbürden, was nicht kann. Und ich habe das immer wie ein Gespräch eben empfunden und nicht so sehr, dass ich jetzt hier etwas bestimmtes dann abgucken musste. Aber schon, wenn ich dann mit jemand anderem zusammen gespielt habe, dann war man schon in einer anderen Situation. Dann war es eben nicht ein Dialog, sondern es war, dass dann drei eben beteiligt waren oder vier, weil das Klavier dann auch noch mit drin war. Gut, der Grund war eigentlich der, dass ich nie richtig Cello spielen gelernt habe. Es war die Kriegszeit und ich habe in der Kriegszeit keinen Lehrer gehabt, der mehr als ein halbes Jahr mich gelehrt hat. Und dann ist er eingezogen worden und dann habe ich wieder einen anderen bekommen. Und was mir in Erinnerung ist, ist eigentlich immer nur der kleine Finger an der rechten Hand, ist der aus dem Bogen oben oder ist er unten. Und ich musste immer nur umlernen, wenn er dann unten war und ich konnte den Bogen so führen, da sagt der andere, nein, du musst da rauf. Der andere sagt, nein, wenn du da rauf bist, dann ist deine Hand, ist nicht geschmeidig genug, das muss wieder nach unten. Und man ist dann so hängen geblieben an solchen mehr technischen Dingen. Aber ich habe schon sehr genossen, dann also mit jemandem zusammenzuspielen. Also insbesondere mit irgendjemandem, der auf dem Klavier war. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Aber die haben das immer langweilig gefunden, weil ich dann irgendeine Cello-Sonate genommen habe und dann hat das Klavier nicht viel damit zu tun gehabt. Und die haben gesagt, also jetzt machen wir mal was anderes. Dann hat man Stücke genommen, wo das Klavier die Hauptsache macht und ich machte nur so ganz einfach große Striche hin und her. Aber der Hauptpunkt hat eigentlich mehr daran gelegen, dass ich, und ich habe das Cello eigentlich dann aufgegeben, als ich immer mehr Schwierigkeiten mit meinen Augen hatte. Ich habe nicht gut gesehen und und ich habe immer Schwierigkeiten gehabt. Und ich bin auch von meinem Beruf her immer auf einem Stuhl gesessen. Und in der Freizeit wieder auf einem Stuhl zu sitzen und etwas Noten vor mir anzusehen und die zu interpretieren, war für mich einfach nicht ein Ausgleich genug. Und dann habe ich einfach gesehen, das hat mir einfach, diese Sache hat mir gefehlt. Und nach einer gewissen Periode habe ich mich dann wieder hingesetzt und war eigentlich enttäuscht. Nein, ich war eigentlich nicht gleich enttäuscht. Ich war eigentlich überrascht, dass man nach einer langen Pause sich hinsetzt und doch anders spielt, als wenn man sich zum ersten Mal hinsetzt. Man hatte es irgendwie noch, aber die Hand war irgendwie, die war nicht elastisch, ja. Und der Bogen und all das. Sodass ich das dann einfach wieder habe fallen lassen. Und ich weiß noch nicht, dass meine Kinder versuchen immer noch, mich zu überzeugen. Kannst du dich noch an das letzte Mal erinnern, an dem du wirklich Cello gespielt hast und dann ohne jetzt, oder hast du wirklich eine Entscheidung getroffen, heute spiele ich zum letzten Mal, oder ist es einfach auf einmal zu Ende gewesen? Ja, wir haben dann, wir haben dann also nicht mehr, also dass ich einfach Cello gespielt habe und begleitet wurde vom Klavier, nicht? Dann ist die Familie aufgewachsen und dann haben wir all den Geigen gehabt, Ratschen gehabt, Flöten gehabt und so fort. Und dann fingen wir an, eben auch Quartette zu spielen, ja. Und diese Quartette, die waren eigentlich gut, aber die waren fürs Cello manchmal eigentlich ein bisschen langweilig. Ich meine, die Geiger, die sind dann losgedudelt und ich hatte einfach nur immer so den Hintergrund. Es hat mir nicht so gepasst, aber die übrige Familie sagte, ist es nicht toll, wie man zusammenspielt? Das habe ich auch gefunden, dass es toll ist, ja, irgendwo. Aber ja, aber ich habe dann auch gemerkt, als man dann zu schweren Stücken übergestiegen ist, dass ich das dann also nicht konnte und dann musste ich mich also hinsetzen und das üben, bevor wir da hinlegen. Also jetzt übt man, übt man und ich habe eigentlich geliebt, einfach loszuspielen und wenn ich einen Fehler mache, dann stoppt man, dann macht man eben weiter. Also es war für mich nicht ganz so toll, wie eigentlich begleitet zu werden von jemandem, ja. Es dann auch eine Frau war, die ich sehr gut mochte, mochte eigentlich mir diese Atmosphäre, ja. Und dann dachte ich, Nase, das ist eigentlich nichts mehr. Aber ich meine, dann sind vielleicht auch meine Reisen dazugekommen, wo ich also nur zum Teil eigentlich nur mein Cello dann mitgenommen habe. Und ich habe dann auch mein Cello, habe ich, habe ich auch dann einfach in Amerika gelassen, weil ich gesagt habe, wenn ich da hinkomme, dann ist das da. Und dann bin ich nicht so oft hingekommen, dann habe ich mir ein neues Cello gekauft hier, das habe ich ja auch ganz gern gemocht. Aber dann war wieder eine Pause, dass ich dann nicht geübt habe und so fort. Und dann ist einfach so viel anderes dazwischen gekommen, dass mich auch mein Beruf also so wahnsinnig dann begeistert hat, dass ich so meine ganze Kraft auch in das hereingesteckt habe. Und, aber, ich habe eigentlich immer, also das, was die Musik eben ausmacht, das hat für mich immer eine große Rolle gespielt, weil ich festgestellt habe, dass die Lehrer, die ich hatte, die Physiklehrer, die ich hatte, dass das alles Künstlerwissenschaftler war, auch Edward Teller, ja, Edward Teller. Ist das ein stehender Begriff, Künstlerwissenschaftler? Genau, das sage ich, ich nenne sie Künstlerwissenschaftler und ich nenne sie dann Ingenieurwissenschaftler und mathematische Wissenschaftler und die sind ganz, total anders. Und der Künstlerwissenschaftler, der ist eben, und das war auch Edward Teller, ja, Vater der Wasserstoffe und Benni, wir haben Klaviertrio gespielt, also er hat Klavier gespielt, ich habe Cello gespielt und dann noch ein anderer Professor hat gleich gespielt, also da habe ich schon auch mitgemacht, nicht? Aber der war sozusagen so auf sich bezogen, dass er gar nicht gemerkt hat, wenn wir nicht mehr dabei waren, hat er einfach weitergespielt und hat gar nicht gemerkt, dass er allein war. Das war eben Teller, ja, der hat große Freude gehabt, aber er hat also zum Zusammenspiel eigentlich etwas ungeeignet. Gut.